Ölziehkur. Ölziehkur ist eine Selbstbehandlung zur Entgiftung, insbesondere des Mundraumes. Ölziehkur gibt es zum einen im Ayurveda. Ölziehkur wurde auch in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts propagiert von einem Dr. Karach aus der Ukraine. Dieser empfahl morgens einen Esslöffel Sonnenblumenöl 10 bis 15 Minuten lang im Mund zu bewegen, also mit dem Öl zu spülen und danach auszuspucken. Im Ayurveda nutzt man typischerweise Sesamöl. Sesamöl hat zum einen keimtötende Eigenschaften und es hat auch die Eigenschaft, Gifte zu absorbieren. So wird eben die Ölziehkur im Ayurveda mit Sesamöl für zwei Minuten gemacht. Also Karach empfahl 10 bis 15 Minuten und Ayurveda zwei Minuten. Und so gibt auch im Ayurveda die Aussage, dass Amas, also Gift und Schlagstoffe, durch die Ölziehkur ausgeleitet werden können. Es gibt das Lymphgewebe in Rachenraum und so wird die Abwehrkraft gestärkt. Wenn du zum Beispiel einen schlechten Atem hast oder wenn du Zahnfleischprobleme hast oder wenn du Zahnschmerzen hast, aber der Zahnarzt sagt, es ist alles okay, es gibt keine Karies, dann kann eine Ölziehkur für eine Woche jeden Tag etwas sehr Gutes sein. Zahnarzt Zahnarzt